Jetzt gemacht hätte, aber ich glaube so, hier eine Achterbahn hinhauen, Werbekampagne raushauen und dann die Leute anlocken. Das ist wahrscheinlich jetzt keine schlechte Taktik. Was steht da im Wiki drin? Man soll irgendwie Land kaufen und dann... Zack, bam. Ah komm, von der Wurzfahrt ist doch ja bestimmt Platz. Auch wenn hier wahrscheinlich zu blöd sind, den Weg zurückzufinden. Aber wir versuchen es einfach mal. Ja, ist natürlich doch der Stand ein bisschen ungünstig. Weil ich jetzt hier nicht wo rumkomme. Müssen wir es so rummachen. Jetzt halt nur eine kurze Warteschlange, aber egal. Ja, so. Bootsverleih, zack. Man könnte natürlich der Stadt auch einen Namen geben. Also wäre es mit Emskirchen. Und hier ist der Altschauerberg nie gekommen. Raus. Nee, Quatsch. Halt auf. Nein. So, was hatten wir jetzt hier noch? Die andere Schiffsschaukel. Wäre ja Platz für einen Shuttle-Loop theoretisch. Das wäre dann so ein bisschen die Action-Ecke hier. Die ihr Revival hier findet. Hier, die würde dorthin passen. Würde die auch hier unten passen? Nee, da ist sie zu lang. Aber ich würde die, glaube ich, tendenziell eher so haben. Dann kann man nämlich hier so ein bisschen Runde bauen und dann hier wieder rauskommen. Dann bauen wir jetzt erstmal nochmal hier die Schiffsschaukel. Die passt gut hier rein. Vielleicht haben sie es deshalb gemacht, dass man die Schiffsschaukel dort reinbaut. Na gut, könnte ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Die werden jetzt natürlich mit ihrer Bootsfahrt ganz schön hier einge... Achso, den Gebiet haben wir schon benutzt. Genau, dann nehmen wir das einfach Schaukel in das Schiff. Schaukel in das Schiff. Schaukel in das Schiff. Können wir mal, das passt hier. Aber gut. Ich habe es ehrlich gesagt kurz überlegt, ob man Schaukel mit CK schreibt. Aber anscheinend nicht. 2 Mark. Wir machen das jetzt mal ja so hier. Aber für Shuttle Loop, da müssen sie wieder blechen. Das könnte aber wissen. Da kommt er unter 4 Mark nicht raus. Aus der Affäre. Natürlich klassischer Name. Die ersten, die sind schon abgewiesen. Weil der erstmal die Testfahrt machen muss. Ich glaube, ich mache ja doch keine Runde. Sonst hätten die Leute hier, die diese Flussfahrt da machen, ja gar keinen Spaß. Wenn die so eingeengt werden. So, die ersten Leute kommen schon zum Shuttle Loop. Gibt schon irgendwie Beschwerden. So, bezahlen sie nicht für Shuttle Loop. Okay. 4 Mark dann. Ich habe gesagt, in der 4 Mark kommen die ja nicht raus. Und dann das hier. Eieiei. Jetzt muss ich das doch brechen. Jetzt kommen sie wenigstens hier an. So, das hat sich gelohnt, die Werbekampagne. Aber da jetzt gleich nachlegen, weiß ich jetzt nicht. Eine Rutsche hätten wir noch. Passt die ja noch irgendwo rein? Wenn ich... Na gut, dann ist es halt so ein bisschen die... Die würde eigentlich hier noch reinpassen. Die ist ja bloß 2x2. 2x2. Hier hin. Eingang, Ausgang. Freundschaftspreis. Eine Mark. Dafür könnt ihr aber auch so oft rutschen, wie ihr Bock habt. Und natürlich maximale Personenzahl. Zack. So, mal wieder speichern. Vielleicht hat die natürlich keine Warteschlange, die Rutsche. Aber... Die hat gerade hier so schön die Lücke gefüllt. Und wo ich jetzt noch die andere Lücke fülle, hier. Das kann man ja mit der Pizzeria machen. Hier hin, auch beim Shuttle Loop, stehen sie schon wieder an. Dann kriegen die ja natürlich auch in der Pizzeria. So. Was sagen die Finanzen? Ganz schön Gewinn gemacht. Ich überlege, ob wir wirklich gleich nochmal nachlegen. Wo haben wir jetzt die nächste Richtung? Wohin? So weiß ich nicht. Der Einzige ist ja günstig für den Park. Bin ich schon bei 30 Mark. Ich bin 30 Mark. Da hatte ich ja vorhin schon ein schlechtes Gewissen, als ich das erhöht habe. Für die Werbekampagne dann. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, hier Rüben zu bauen. Auch wenn man da jetzt nicht viele Attraktionen hinbauen kann. Aber das scheint mir jedenfalls sinnvoll zu sein. Das ist jetzt mein Land hier. Das hier. Hoffentlich treffe ich nicht wieder einen Baum dabei. Ja, das war jetzt nicht so intelligent. Immer schön auf den Wegen bleiben. Dann sollte das auch passen. Achso, was habe ich hier? Na gut, dann kaufe ich mir jetzt einfach hier. So der Vollständigkeit halber. Das zweite Land. Man kann ja auch Achterbahnstrecken über den Dingern bauen. Könnte man am Ende auch so eine Achterbahn bauen, die hier richtig schön hier durchs Wohngebiet geht. Hier, wo die ganzen Leute wohnen zum Beispiel. Ob denen das gefallen würde. Wenn bei euch plötzlich eine Achterbahn durchs Wohngebiet geht. Oh, ich weiß es nicht so richtig. Das ist mir das erst mal unseres wieder. Und jetzt den Weg dorthin. Dass das hier nicht geht. Achso, weil der Fußweg im Weg ist. Ich wollte schon wieder sagen hier. Kann ich nicht. Ausweichen. Wenn ich das hier noch kaufe. Aber das steht doch eigentlich wieder ein Baum hier drauf, oder? Ja. Dann halt so hier. Dann kann ich nämlich den Weg hier so anfahren. Den erst mal abreißen. Gut, was man hier jetzt hinbaut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall erst mal den Weg mit den Bänken. Bedienen. Ich will erst mal die ganzen Bäume weg machen. Das Schöne ist, durch diese langen Wege verteilen sich die Gäste auch erst mal. Sodass die Landschaft ist herrlich. Du gehst mitten durch die Stadt und sagst, oh, die Landschaft ist herrlich. Genau. Ganz genau. So, was haben wir hier noch? Ihr könnt ja die Loserecke hin, für langweilige Attraktionen. So, Riesenrad haben wir schon. Rutsche haben wir schon. Und hier so eine ganz kompakte Baumflammrutsche hier hinten quetschen. Das könnte interessant werden. Lass uns das doch einfach mal probieren. Eigentlich wäre das im Grunde Platzverspendung, wenn man das so nimmt. Wobei ich dann auch mit dem Ein- und Ausgang wahrscheinlich hier nicht richtig hinkomme, oder? Nee, da komme ich hier nicht rum. Dann kommen wir auf ein anderes hin und bauen wir dort halt, äh... Rutspieler, äh, Haus der Illusion hin. Als Einzelnes. Äh, komm, wir machen jetzt aus Platzgründen, damit wir den Platz besser nutzen können. Machen wir es jetzt hier aber noch platt. Das war halt früher hier mal so direkt ein Tagebau. Äh, hier Quatsch, ein Steinbruch. Direkt vor der Stadt und das Grundstück wurde halt jetzt vom Park mitgekauft. Für die Entwicklung halt. Und das zeigt sich natürlich auch in den Namen der Attraktion hier. Das ist halt, äh, Steinbruch. Der Steinbruch. Ich schau mal in das Schiff, ist er noch nicht repariert. Mal gucken, was da los ist. Kommt der Mechaniker da nicht hin, oder? Oh, das ist außerhalb seiner Route. Das ist natürlich doof. So, das ist hier eine Hilfskraft, die jetzt hier die Stelle sauber macht. Das darf sich ja ausnahmsweise mal überlappen. Und er nimmt auch gleich das hier mit. Aber ich glaube, wir könnten trotzdem nochmal eine Hilfskraft gebrauchen, die so ein bisschen rumläuft. Und das gleiche bei den Mechanikern. Der nimmt diesen ganzen Block hier mit. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wie das schon einfach wieder voll ist hier, die Dingsbahn. So und dann. Eine kleine Runde Fahrradbahn. Würde es hier hinpassen? Ich glaube nicht. Dann könnte wir jetzt noch eine Runde Autofahren hinpassen. Ja.